Einen schönen guten Morgen, mein Name ist Christian Zoller, ich bin Analyst bei Börsedaily.de und ich präsentiere Ihnen den ING Markets Morning Call für Donnerstag, den 6. April. Gut, wir beginnen am heutigen Donnerstag zunächst mit dem S&P 500. Wir sind am Vortag bis 4072 Punkte zunächst zurückgekommen, konnten dann wieder ansteigen und letztendlich dann bei 4090 Punkten aus dem Handel gehen. Insofern sind wir hier deutlich über der Unterstützung bei 4060 Punkten wieder nach oben abgedreht und zudem auch mit einer bullischen Tageskerze mit einem langen unteren Schatten und einem kleinen Kerzenkörper aus dem Handel gegangen. Die Korrektur seit 4133 Punkte könnte nun vorbei sein und es könnte nun ein weiterer Anstieg bevorstehen, der das Verlaufshoch bei 4133 Punkte dann überschreitet und letztendlich dann Kurs nimmt auf den Widerstandsbereich von 4160 Punkte. Es gilt weiterhin, solange wir hier über dem Unterstützungsbereich um 4060 Punkte sowie dem 10er EMA notieren, ist eher mit weiter steigenden Kursen zu rechnen. Gut, wir machen dann weiter mit dem Tagesschart im DAX. Da sind wir ebenfalls kräftig angestiegen seit dem Verlaufstief bei 14.458 Punkte, konnten im Verlaufshoch 15.736 Punkte erreichen, sind dann wieder nach unten zurückgekommen und testen aktuell hier die Unterstützung im Bereich von 15.500 Punkten an. Möglicherweise werden wir hier bereits ein Verlaufstief erreichen, die Korrektur dann hier beenden und in der Folge dann nach oben abprallen und die Aufwärtsbewegung dann weiter fortsetzen. Die nächsten Anlaufmarken wären dann das Verlaufshoch bei 15.736 Punkten, darüber dann der Bereich um 15.800 Punkte. Sollten wir doch nach unten durchbrechen und die Unterstützung bei 15.500 Punkten aufgeben, wäre der nächste Auffangbereich hier um den 10er EMA bei aktuell 15.420 Punkten. Solange wir über der Ichimoku-Wolke notieren, ist weiter mit steigenden Kursen im DAX zu rechnen. Gut, wir kommen dann zu den Markierungslinien vom Vortag mit dem Long- und Short-Bereich. Da lag der Short-Bereich zwischen 15.700 und 15.750 Punkten und der Long-Bereich dann zwischen 15.400 und 15.450 Punkten. Beide Bereiche wurden nicht mehr erreicht, allerdings hatten wir hier am Dienstag den Short-Bereich erreicht, der seitdem unverändert ist und danach ging es dann auch weiter abwärts. Wir werden sehen, wie sich der DAX dann nun vor dem Osterwochenende verhält und ob wir möglicherweise dann den Bereich um 15.500 Punkte verteidigen können, beziehungsweise hier leicht nach unten durchbrechen und dann einen Verlaufstief bilden im Bereich von 15.500, 15.450 Punkten, beziehungsweise hier um den 10er EMA, der aktuell bei 15.417 Punkten notiert und dann weiter ansteigen können. Die Long- und Short-Bereiche bleiben also auch für den heutigen Donnerstag unverändert, zwischen 15.450 und 15.400 für Long und 15.700 bis 15.750 für Short. Gut, und damit wären wir dann auch wieder durch für heute mit dem ING Markets Morning Call. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg im heutigen Trading und melde mich dann wieder am Dienstag nach dem langen Osterwochenende. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg im Hinblick auf den nächsten Mal.